Hi, ich bin zu meiner Haut angekommen. Da habe ich auch schon die Pijama angezogen. Ich habe einfach nur eine... Sarah vloggt auf. Ja, Sarah hat doch auf ihr Handy und ich auch vorhanden. Warte, warte. Ich war... Ich habe vergessen. Ihr müsst euch vorstellen. Also die Hose ist aus Haundem und das Label ist aus Haundem. Und die Sotten sind aus Haundem. Ah, ja. Und ich war gerade im Badezimmer. Habe mich frisch gemacht und keine Ahnung, ich bin glaub' genommen. Jetzt sieht man meine schönen Augen. Sieht sie auch, ja. Ja. Warum kommst du einfach so auf mein Widerspruch ab? Mein Handy ist auch ganz aus. Und wenn ihr wollt, dass ich ein Morgensutin oder Abendsutin oder was auf jeden Fall mache. Wie viel hast du? Mache, da. 37 und dort 0. Hier habe ich 60. Okay, und ja. Ihr wollt, dass ich so ein Video mache. Morgensutin, Abendutin oder so. Schreibt euch in die Kommentare. Und dann tue ich jetzt auch für euch. Und ich schlafe jetzt einfach nur. Und ja. Ich wollte euch einfach nur Tschüss sagen, weil ja. Aber ich werde noch ein bisschen blocken, weil ich noch nicht schlafen gehe. Aber ich kann schlafen. Also? Immer. Also gute Nacht, Leute. Ich bin gerade in der Kunde flachend. Gerechtig. Nein, 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 nein. es ist so hat drei oder so ist es hat drei es wird gleich hier ja ich bin auch mein akku ist auch leer ich hätte noch ein bisschen buch lesen ich habe auch irgendwie das gefühl ich muss jetzt die videos noch schneiden und hochladen drei videos ich gehe jetzt wieder hochladen und dieses video also diese videos bekommt ihr welches heute freitag am samstag oder sonntag sind sie alle schon alle jetzt gehe ich mal jetzt gehe ich mal ich habe bis jetzt videos geschnitten gleich fünf ich bin noch immer nicht fertig und mein tut ist aufgegangen ich mache mir jetzt den tut und dann gehe ich pennen weil sie tot schlafen gehen aber dasforder nicht so sehr schnell wie das auf laptop und die Ich bin fast fertig und ich bin zum Glück fast fertig und jetzt mache ich einen Dutton, weil es macht okay, damit ich einen Dutton habe und morgen ein schönes Löffel habe, weil bei dir ist es so, dass ich einen Dutton habe, meine Haare wird verkrönen und kann mich nicht mehr machen. Ich habe gesagt, morgen sowieso meine Haare bleiben. Ich habe einen Hörer, aber ich mache mich so ein bisschen. Hey! Komm bitte mit dir zu. Wir schauen uns in die Dutton. Das ist gar nicht mehr. Ja. Und wenn ihr eine Roomtube wollt oder keine Ahnung was. Ja, das. Ja, das finde ich. Das finde ich schön. Okay. Nein. Okay. Die Alexander geht jetzt pennen. Es ist fast fünf und ich muss schlafen. Nett was. Gute Nacht, mein Lieben. Und nicht vergessen und in den Kommentaren schreiben, welche Videos ich wohl noch hochladen soll. Ich kann einfach nicht stoppen machen. Ich weiß nicht warum. Yes. Okay.